Hallöchen, so, ähm, zeige ich mir mal hier ein Bild. Das ist hier jetzt, wie der Titel sagt, eine Frage an die Drehbankbesitzer unter euch. Vielleicht ist ja einer so nett und kann man mal was basteln aus Stahl. Für ein kleines Geld kann man ja dann mal anschreiben. E-Mail-Adresse findet ihr über die Kanal-Info. Da kann man ja mal fragen. Also, das hier sind Durchkontaktierungsnieten für Leiterplatten. Die hier sind jetzt Außendurchmesser 1 mm und Innendurchmesser 0,8. So, und dafür brauche ich ein bestimmtes Werkzeug. Das sieht jetzt so aus. Da gibt es auch ein fertiges Teil. Das ist so eine ganze Presse mit dem Werk für das Werkzeug da drin. Kostet aber 300 Euro. Das habe ich nicht. Und ich habe auch nicht hier 90 Euro und mir ein so ein Ding, das beinhaltet hier, äh, nur einen davon. Also, den mit dem Loch und den anderen. 90 Euro, das ist ganz schön heftig. Ich weiß nicht, ob ein Drehbankbesitzer da ist, der mir sowas aus dem Reststück irgendwo was zusammenbraten kann. Ähm, ich brauche für den Schraubstock einmal das Teil hier unten. Das muss nicht so aussehen. Das kann auch untenrum viereckig sein. Aber eben eine kleine Auflagefläche mit einem Stift drauf. Und die Nieten sind insgesamt 1,5 Millimeter lang. Also der Stift, der hier rausguckt und das Teil, was nachher umbörtelt und presst, das zusammen sind 1,5 Millimeter. Ähm, und dann wie gesagt 0,8 Millimeter Durchmesser. Am besten wären 7,5, 7,7 oder so. Halt ein bisschen Luft, dass sie nicht so stramm draufgehen, weil es geht wirklich schon stramm bei 0,8. Vielleicht sind die auch nicht alle gleichmäßig, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht kann das mal einer so bauen. Also sprich, das Teil hier, wo ich sie dann draufstecke, Platine drauf und dann mit dem Teil oben drauf haue, dass es dann zusammengenietet ist. Ähm, das Ding kann hier unten ruhig viereckig sein, für den Schraubstock halt. Ist besser, wenn es viereckig ist. Schraubstock ist besser, wenn es viereckig ist. Mit einem kleinen Rand dran. Klar. Und dieses Teil hier. Das kann ruhig anders aussehen. Nur die Spitze hier vorne müsste so sein wie hier. Dass die so, ja, so ein Konisch geht oder so. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich derjenige das ja mal angucken, weiß denn ungefähr, wie das funktionieren könnte. Ähm, und das Ding natürlich ein bisschen länger, dass ich das in die Hand nehmen kann und mit einem Hammer drauf hauen kann. Vielleicht auch noch eine kleine Rändelung am Rand oder so zum Besseren festhalten. Wenn das einer machen kann. Das muss jetzt hier nicht mit Schrauben und so, das habe ich ja nicht. Also, muss kein Loch durch sein, muss kein Gewinde hinten dran sein. Einfach nur so ein Stift. Ich weiß nicht, wie lang. 15, 10, 15 Zentimeter lang. Wo dann eben hier die Spitze dran ist, wo ich mit einem Hammer hinten drauf hauen kann. Das reicht. Und dann halt das Teil für den Schraubstock. Und wie gesagt, Durchmesser von dem Stift hier sind 0,8. Absolutmaß, also nicht größer. Kleiner geht, also 7,5, 7,7 Millimeter, wie gesagt. Und dann das hier. Das sind dann umgebürtelt. Ich kann nochmal das Bild zeigen. Ähm. Das ist jetzt von meinem Handy. Die eine Seite ist halt schon umgebürtelt. Ähm. Und die andere Seite sollte dann auch ungefähr so aussehen. So, dass es zusammengenietet ist. Nur wer, wer sowas machen könnte vielleicht. Und, äh. Aus dem Reststück oder sowas. Keine Ahnung. Äh. Kann mir ja mal per E-Mail schreiben. Findet ihr über die Kanal-Info. Was er dafür vielleicht haben möchte. Dann wird sich bestimmt einig. Also, ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich nehme sonst einen Nagel, den ich mir zurechtschleife. Ähm. Das ist aber alles andere als professionell. Einen Nagel zu nehmen. Ähm. Würde gehen. Und dann, äh. Mache ich das auch. Das geht auch. Nur ich habe dann halt nicht so eine Auflage, die das dann schön, dass das Loch offen lässt. Wenn ich da mit ein Nagel oder was, und das verformt sich da drinne, dann ist das alles andere als optimal. Also, das Loch sollte schon erhalten bleiben. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wenn jetzt einer mit einer Drehbank oder was sowas machen kann, für, ähm, was weiß ich, ein kleines Geld, oder sogar umsonst, ich weiß es nicht. Wäre schon schön. Vielleicht hat ja einer die Ambition, sowas zu machen. Ähm. Ja, das wäre nur mal eine Frage an die Drehbankbesitzer, die sowas können. Also, ich habe keine Drehbank. Und ganz ehrlich, es gibt zwar die China-Dinger, die sind auch nie so teuer, aber das Geld habe ich auch nicht. Und die China-Dinger, die sind jetzt nun auch nicht so toll, sag ich mal so. Man muss dann schon wissen, wie man die Dinger verbessern kann. Das kann ich nicht. 3D-gedruckt kann ich mir sowas nicht machen, aus Kunststoff. Das wird nichts. Ich kann zwar 3D drucken aus Kunststoff, aber das bringt mir nichts. Ich brauche das schon aus Metall. Darum, nur mal die Frage, vielleicht kann es ja einer, vielleicht ist ja einer so nett. Ja, mal schauen. Vielleicht meldet sich ja einer. Dann danke fürs Zugucken und ich hoffe auf Kommentare oder Nachrichten. Bis dann. Tschüssi.